Dankeschön, viel, viel. Warum seid ihr heute so lieb zu mir? Sonja ist da, Sonja ist da, Sonja ist da. Schön, dass du da bist, Sonja. Ich weiß nicht, wer du bist. Was für Musikgeschmack, ja. Das ist einfach nur, ähm... Ja, Watzke. Ja, richtig, 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 ja. Und trotzdem, äh, hab ich hier meine kleine Community. Ja. Dankeschön. Alle so ein Teamherzchen, so ein Tumor auf meinem Kopf, ja, klar machen. Ja, kostet einen Cent. Dankeschön. Dankeschön, viel, viel Dank. Was geht, Frau Schrenke? Alles klar. Und bei dir? Ja, danke. Du redest immer über Gefühle und so, ne? Ich rede über Entzug. Ach so, Entzug. Ah, okay, okay, okay. Bist du noch auf Entzug? Bist du noch auf Entzug? Ich mache eine Abdosierung von verschiedenen Medikamenten aktuell und versuche ein paar Leute zu motivieren zum Entzug oder gebe eventuell ein paar Tipps oder hol mir auch gerne ein paar Tipps. Okay, super, mein Lieber. Ähm, ich wünsche dir auf diesem Weg sehr, sehr viel Erfolg. Vielleicht sieht man sich wieder. Vielen Dank, mein Lieber. Für die und deine Community alles Liebe, ja? Danke, deine... Ja, teilen, 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 teilen den Stream. Falls ihr wissen wollt, wie wir uns pushen gegen seinen Nordsee-Hunter, du bist neu in unserer Familie, ja? Ich wünsche dir auf deiner Community alles Liebe, ja? Danke, deine auch. Toto. Ich wünsche dir auf deine Community alles Liebe, ja? Danke, deine auch. Englisch. Englisch. German? Äh, yes, yes, I come from Germany. Okay. Äh, wo kommt der her? Are you... Woher kommst du? Ich komme aus Kosovo. Ah, Kosovo, ok, ok. Sehr harmonisch, sehr harmonisch. Willst du ein Spiel? Okay. Ich bin ein Fußballer. Ich bin ein Fußballer. Homin? 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 I'm not the footballer. Ich bin ein Fußballer. Mach den Typen platt. Ich glaube, da ist Geldwäsche auf. Wenn der keine zweieinhalb Millionen Coins gleich reinballert in der letzten Sekunde. Der hat auf jeden Fall ein paar weggemacht. Aber wir haben gerade mit so Leuten, verstehen wir uns doch gut oder nicht? ja also er hat mich im football genannt dafür machen wir ihn fertig ja gibt gas gibt das gibt das gibt das so gehen wir das geben wir das geben wir gas ja der sieht richtig nett aus das ist der perfekte spiegel so ja der kann bei bauersucht frau mitmachen locker safe 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 ok wir haben ein viertel und gleiches mal zwei gleiches mal zwei ein passbild was sich bewegt ja man das sieht aus dem passbild 1 zu 1 550 punkte wir schaffen das ja wir schaffen das er drei mal mehr so 550 punkte schön kindergeld wohnzuschuss alles reinballern ja so ja so auf jeden fall ja er sehr harmonisch sehr sympathisch ja hallo marco mein lieber marco 11 schön dass du da seid ja so lassen ach scheiße ich wollte dass ihr genau bei dem letzten coin wartet bis zur letzten sekunde ich liebe das was sollen seine augen sagen ja nein nein werden albanischer mafuse wäre nicht auf tik tok so 38 sekunden mal zwei ja 38 sekunden mal zwei wir haben hier genug albaner genug leute hier auf meiner seite gehen wir gas johann dankeschön mein lieber und jetzt alle zusammen gas geben 26 sekunden gegen die mafia vor 20 gegen die tik tok macht ja schuldigung ja gas geben 9 11 dankeschön prinzessin viel wieder kommen wir sind schon nah dran stitch und jetzt jetzt gleich kommen ich wette mit euch 100.000 punkte rein ja 11 vielen dank wenig stief dankeschön so letzten sechs sekunden flohmarkt letzten sechs sekunden vier sekunden drei sekunden zwei sekunden tutsche dankeschön bist du meine tutsche du bist tutsche tutsche dankeschön tatsche kühlt wir haben dich gestern todes vermisst wer bist du denn mein knusper keks so das ist zahn um zahn sony black schön dass du da bist ja auch so dankeschön bei dem typen wir brauchen locker 30 15 kv sprung aber egal egal lass uns den handschuh holen ja es wird ein ziemlich teurer handschuh verdammt tatsche kühlt anastasia es gibt keine so er sagt eine sache er ist immer gas geben wir gas geben wir gas geben anastasia ich weiß nicht von du redest guck dir nur hier ist wenn das so ist ist das so eine halbe minuten noch was labert der mann ja wird er wird gesucht ist jetzt wird es knapp also sind wir stärker als sie sind stärker so stärker als jemand der gesucht wird sind wir stärker ich habe ihn ganz vergessen und jetzt schon so jetzt ein paar sekunden jetzt kommt erst mal unser auftragskiller engine engine mein schatz engine 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 jetzt wird es eng jetzt wird es eng für ihn und jetzt die letzten 30 sekunden lasst ihn wegsleiten ok lasst ihn wegsleiten lasst ihn wegsleiten lasst ihn wegsleiten 20 sekunden jetzt wird es jetzt wird es immer noch jetzt wird es immer noch jetzt wird es immer noch wenn jeder von euch ein kleines geschenk rein macht und haben wir gewonnen ok 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 Komm, 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 komm. Wir wollen uns hier. Mit Kürchen, Engin, Engin, woher du? Oh, ma moon, Leute, tut zu. Tut zu, tut zu mein Schatz. O mein Gott, ey, Mann. Oh, ey. Ey, Mann, ey, Mann, Apple User, ich hab kein Internet. Ich hab kein Internet, das war zu spät. alleine anher. Kann sein? Kann sein? Jo, das war mein Schatz. Du meinst, ich komm dir immer. alle ein herz für zusammen haben wir gewonnen drüber gehen und ihnen sagen dass es mich gefreut hat der ist so penetrant kann jemand rübergehen und sagen dass ich respekt habe und das mit normalen problemen die ok ok nein ich will doch am leben bleiben ich will am leben bleiben noch ich traue mich nicht ich will nicht in dein auto rein ist alles gut dankeschön ich fahre ich gehe zu fuß ok dankeschön viel viel dank danke ich gehe zu fuß er sind noch viel viel dank danke ich gehe zu fuß wenn du liest steht er nur coach frank ja aber du hast mir gefällt dementsprechend bin ich auf deinem profil gegangen und man hört ja viel über dich hier auf tik tok also könntest du mich ja vom sehen ach so du hast von nein gesagt ja ja aber danach also ich kenne dich ja nicht persönlich ich kenne dich nur von tik tok ja richtig richtig ich kann ja und du bist nur nachmittags und abends so gemacht plus minus jahr nach schicht wenn man bei nacht schicht nein nein keine nacht die spätschicht spätschicht ja ja ausländen für uns ausländer das ist immer alles gleich nacht spät ja ja hast du lust auf ein match ja ich bin halt nur nebenbei arbeiten wenn dich das nicht stört nein 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 quatschen 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 schon wieder leuchten ja 7 53 ganz so das gibt gast geben gast geben ja also ja ja das geben wir haben heute zwei big matches wir haben heute zwei big matches und dafür müssen wir sammeln 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 ok jetzt nutzen wir die zeit lassen also was sie hat ist ihre attraktivität ok da blech jeder geld rein ja so dass die gast geben das geben hat man nicht zeigen wie ihr das einigermaßen gut aussehen nicht alles ist ja gast geben das ging das ging das ging das ging kritik was das für name wie würde was hat man mich ja das können handys das haben ja ja das sind handys da hört man sich ja hast du hast du hast du ein pandora hast du ein pandora armband ja ok gas geben ich wollte nur ablenken gas geben gas geben und gas geben ja interessiert mich nicht gas geben das dem gas dem apple user reni steve dankeschön stehen wir zu kaufen angelina danke für die unnötigen sprüche vom herz viel vielen dank ich werde mich geantwortet wo ich arbeite ich kann auch ich hoffe wir gewinnen diese runde also um ob wir haben am 20 uhr 15 leitet hat sich nicht im coach renkie verlieren also sogar der tic toc erfinder hat gegen uns verloren so jetzt 40 sekunden um mal zwei mal zwei mal zwei mal zwei mal zwei schnelligkeit meine change so leute das macht locker weil ich muss gar nicht sagen aggressiv zack so ziel erreicht zack zack high bike schön dass du da bist mein lieber ja der hat mir schon die haushälfte bezahlt oh mein gott leute danke nein sie will sie will nicht sie will nicht hängig oder warum ist es so du du hängst nicht nur ist alles richtig sie kommt immer näher sie kommt immer näher sie kommt immer näher sie kommt immer jetzt alles mal zwei jetzt alles mal zwei und jetzt bitte ein schlechtes internet haben vorher 20 uhr und 20 15 ist big match so apple user marco zeigen wir was für männer was eine loyale armee drauf hat ich check gar nichts mehr ok oh sie hat schon 3000 wir brauchen noch einen handschuh gott sein ganzes bürgergeld reingeballert ich küsse doch dein herz apple user dankeschön dass das ist eine armee was ich sehe ich sehe gar nichts mehr ist egal ist nicht schlimm das einfach laufen elf du hast 5000 coins 23 punkte noch dankeschön dankeschön guck mal kein wunder dass alle auf uns neidisch ist bei mir steht nicht mal ob ich mal zwei geschafft haben die stufenmeier dankeschön zehn sekunden noch flohmarkt zehn sekunden alles mal zwei zehn sekunden alles mal zwei sechs sekunden bei mir ist egal elf handwerk mal zwei so eine sekunde noch so und jetzt eine und halb minuten knast warterraum ich hasse diese zeit da guckt man sich ein gegenseitig an entweder kann man fitter machen oder man trinkt so leute 10.000 mein schatz vielen vielen dank alle tupi folgen ja hallo bitteschön so jetzt ist sie abgelenkt gast gehen das geben dass mir ein sehr schön sehr schön sehr schön weg damit dass ich das gegen das gegen das gegen das gemacht ich habe wieder power nap gemacht richtig dann stehe aktiv auf so kommt man sie muss auf knopfdruck muss die freundlich sein was ist das für ein leben das wollen wir nicht wir sind krieger wenn wir schlechte laune haben aber schlechte laune so gas geben ich könnte nicht mal zu einem kunden so freundlich hallo sagen geh raus wenn du ein problem hast raus mit dir danke auch ebenfalls leite eine 40 sekunden eine von dem job in diesem serien wusste wenn du 30 sekunden 30 aber aber sie ist nicht mein typ normal apple was heißt apple so 20 sekund sonst 20 sekunden oder normal man weiß nie 10.000 konnte nicht viel das wenigstens 20.000 darüber das nächste 20.000 johann hör auf mit ein rosenmann 20.000 so sechs sekunden noch fünf sekunden noch alle die schlechtes internet haben jetzt zweiten jetzt bei beiden jetzt ok ich habe alles gab es als apple heißt auf englisch apfel ach was wirklich so wenn wir jetzt mundgeruch bekommen danke dir ja ja ich würde kurz raus gehen und noch mal kommt das hängt bei mir voll du würdest kurz raus gehen noch mal kommen bei mir kommt man nur einmal also ich vom match meine ich ich meine auch match ja okay dann sind wir uns einig bis gleich bis gleich so viel viel dank allein herzchen rein ich bin eigentlich war das voll die blamage gegen mich selber bei mir kommt man nur einmal so so waschallam aleikum wie geht es mir versorger was hast du sagt nimm mal an nein nein du entschuldigst du erst mal denke noch nicht mal eine sekunde mit sind und beleidigt jemanden ich habe dich beleidigt das werde ich dir gleich sagen warum ich dich so genannt habe mach mal mach mal match annehmen ich freue mich auf dieses mal ich freue mich auch auf das mit aber nicht mal erst mal an welches ich habe mit dir einige sachen zu reden jetzt hier was ich war so meint ich gehe freiwillig in das gerichtsverfahren von einem abu asman oder was ich komme von der massage gerade denkst du das tue ich mir an oder was hier einfach ein ding durch wenn ich bin ich gewinne ok machen wir so wenn du gewinnst bist du der richter dann laberst du mich voll war aber wenn ich gewinne wenn ich gewinne wenn ich gewinne bekomme ich ein baby löwen guck mal ich bin nicht ein mensch der sachen eingeht und die nicht einlöst ja deswegen vergessen du hast eine viel stärkere truppe nein ich liebe dass wir redet ich schau mein gott ich liebe dass wir redet ein roboter lernt von ihm wie man redet ich schau mein gott also das was du tust ist nicht korrekt ja ha 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 ich liebe das ich feiere dass ich schon wieder erst genau das gegenteil von seinem bruder nein nein abu asman ist so korrekt abu asman ich sagte nur eine sache seitdem er bei mir ist seitdem er mit mir redet ich sag kein wort schlecht über seinen bruder sein bruder war letztlich beleidigt beschimpft ich meinte ist egal ich meinst du ich verstehe mich mit deinem bruder das reicht mir ich lerne doch erst mal von mir wie man gewinnt was mache ich nur mit diesem coach was mache ich nur mit dem kopf sehr schön sehr schön offiziell adler du hast genug geld auf dem konto ja du bist ein gieriger geier mir aliya du bist wieder da sehr schön sehr schön ich habe dich vermisst wo warst du er ist gefasst aber dennoch frisch big match um 20 10 ja um 10 um 20 10 füllen wir wieder die kriegskasse so dankeschön sonja mir aliya vielen vielen dank dass du ihr kindergeld hier ein ball hat ja in den ring leute hat mich ja dankeschön high bike sonja mir ein sehr dankeschön wenn ich genug kohle mache leute ich werde ihnen den ring holen da musst du ziemlich lange menschen mein lieber was war dein letztens los die aber das bringt alles nix egal was ich tue alles ist tipptopp machte keine sorgen gewinnt erst mal der match dann kannst du mich mit dem ganzen müll voll labern bruder neuen rosen neuen rosen neun rosen so ach so neun rosen und jesse jesse wirst amund der eine kommt leute kommt noch drei rosen noch drei rosen ich gucke eure augen bin jeden hier voll so nicht küsst ich küsst gar nichts von euch ja wir sind krieger und bei gold schön dass du da bist mein lieber ich hoffe du bist herzlich in utopien großkopf will ich die kindergeld nachzahlung was bekommen ich danke schön jetzt 35 sekunden mal zwei topi man entspann dich frederik dankeschön tupi adriano hat gar keine chance apple user aramea dankeschön sollen ja nicht nur noch mal ab jetzt mal alle zusammen weil alle zusammen ein bisschen ein bisschen ein bisschen mein schatz michi viel viel dank michi dankeschön wir haben ihn weg da ist noch diesen frischen bingel diesen kunden sie kommt noch so 8 sekunden vier sekunden noch vier sekunden wir wissen dass wir sowieso gewinnen aber wir wollen demütigen ja tik tok sportlich demütigen schade schade ist ja mohammed natürlich natürlich mohammed ja natürlich und dann kommt ihr könnt noch nicht mich nur bei thomas und wieder thomas ich hab dir noch nie gesehen man knusperkeks ja so also ich liebe dass wir lachen ich liebe dass wir redet ja sehr 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 witzig ja tupac kül ich habe dich heute irgendwo gesehen tupac küls hat mich so aufgeregt wie du dich nennst ich schwöre bei gott ich war so wütend habe ich sofort weggedrückt ja bei xxx dankeschön manny vielen vielen dank unser so oder john dankeschön andreas vielen dank das ist nur so coach roboter sind nur 20.000 punkte eine nur 20.000 punkte sagt er schön dass du da bist so jetzt wieder jetzt könnte ich mir offen machen für die gerichtsvollzieher gerichtsvollzieher jugendamt könnte die tür aufmachen könnt intern mit der familie was klären wir haben noch eine minute letzten zehn sekunden immer noch mal gas so gas geben gas geben ich liebe euch macht alle das plus weg huste wenn du würdest wollt ihr mich was ist das denn wer schreibt das die ganze zeit huste wenn du würdest amore schön dass du da bist ja hallo prinzessin so röpse wenn du würdest okay 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 jetzt kann wir eine minute meditieren oder so hauptsache wir kennen ein booster ach so tupi wer ist wer ist top supporter tupi mein schatz tupi oder michi coach macht keinen stress und es gibt es stress okay du rasiert ja den haben wir noch nicht rasiert ja erst mal fertig sind so trinken wir noch ein bisschen grüntee ich hoffe viele leider gucken zu so macht es spaß geld zu verdienen bei einer tasse japanischen grüntee oder meine knusperkekse kratz nase wenn du würdest gott seid ihr böse so er hat ein booster ok er kann jetzt gewinnen so trinke wie du würdest nur dankeschön friederik viel viel dank was für lustiger name friederik ja so und jetzt in den letzten sekunden noch ein bisschen bisschen streusel drauf perfekt perfekt aber wir können ja trotzdem mit abu asman reden so sieben und ich bin stolz auf euch topi mein schatz topi mein schatz gerade eben noch ja sinnlos eingesetzt offiziell alina ich weiß auch nicht was sie los ist dankeschön aber ganz kurz aslan das bringt nichts mein lieber das ist 160.000 mal zu spät abu asman abu asman hörst mich naja ich höre dich ein mädchen noch mal mit ich wollte nur fragen wo ist die kette welche kette mit der ich durch den dreck gezogen habe du hast gefragt tut mir leid noch mal ganz jeder kennt diese man fragt das nicht tut mir leid tut mir leid nicht ernst nehmen ok also kommt zurück ok 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 also bei abu asman erst wirklich ein gerader typ ich liebe diesen typen da reizt das noch mehr ein bisschen scherz zu machen ja ich bin euren augen er sieht aus wie tor wieder der arabische tor kennt der tor von marvel das war nur ein flacher witz von einem flacher person alles gut nein nein also ok 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 lange er kann diese sprüche sagen ja aber ihr wisst ich habe ihn schon eine eine box kampfsport ansage angemacht und er will gerne gerne es muss denn es gibt sie schön dass du da bist mein lieber jetzt denkt er wieder hat viele zinti und roma freunde gerade in bremen und bremerhaven nicht durch den dreck ziehen also ich habe mir extra viele zinti und roma freunde gemacht in bremerhaven und brem alle ein herzlicher die aus bremen und bremerhaven kommen ja alles sind die romas ein herzen rein ja ich brauche euch ganz ganz dringend für eine sehr sehr schöne sache dankeschön 38 hallo welle dankeschön ja ja wir sind groß geworden mit euch ja ich liebe euch meine lieben ja immer hilfsbereit ja solange das geld stimmt so lange das geld stimmst du eine mit der keule abbekommen was was denkst du denn wenn du eine mit der keule abbekommen sie was mit deinem gesicht passiert kann mein lieber da sind kleine hähnchenschenkel man verdichtet die leute werde ich nicht so also das sieht man nicht nach vernichten aus so und schwank du sagst nicht zu mir falsch hast du nicht so dass du das geben das geben das ist dankeschön coach viel viel dank coach kümmer dankeschön coach kümmer the real kümmer hast du das kennzeichen gemerkt nein hallo lass doch sora dankeschön viel viel dank coach besser man dann die junge du bist so eine runde jetzt ist er nicht mehr so stark jetzt ist er nicht mehr warte mal wie tupi du bist nicht in der whatsapp supporter gruppe ich verarzt mich doch ich bin ich unsere supporter gruppe irgendwann mal werden wir ihn besiegen alles alles ok 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 alles kann passieren ich dachte schon ne außer bei dir aber was man bei dir passiert gar nichts die stärke immer geduldig sein leute immer genau bis man zur mumie wird so lange warten auf dem sofa lasst ihn lasst ihn reden lasst ihn reden wer alles mit geduld ich verspreche euch ja er wird diese sprüche doch bereuen früher oder später war abgeduld ich bereue sie jetzt schon ich bereue sie jetzt schon hat hier jemand ja er hat jemand der hat einen langen atem er möchte unbedingt besiegt werden ich weiß nicht warum warum er zu uns kommt er kommt er kriegt nacken klatschen dann geht er wieder eins muss ich sagen du bist schon extrem stark ja ich tue ich über auch viel dafür ich mache jeden tag fitness ich meine ich meine hier im märz ich weiß was du meinst körperlich ob ich mich viel vielen dank dankeschön für die erniedrigung mit lina dankeschön ja danke für die erniedrigung an die obi osmann abi osmann abu osmann tschuldigung so nur dankeschön apple user viel viel dank so radion dankeschön ja aber was man topi dankeschön kann ich dir mal was fragen ernsthaft nein lass mich in ruhe was sagst du zu hör auf melina oder verliebt sich jemand in medina ich kann das nicht vorlesen könnt ihr bitte wir machen jetzt fertig eine minute noch es ist knapp ganz knapp knappe kisten ich bin stolz auf euch wir holen uns für heute abend für die super matches muss was für match ist egal big matches ich hasse warum reden wir im englisch kann man die große matches sagen so allein herz in den chat rein und teilt diesen verdammten stream ok ja 313 modern was sagst du bla bla ich sag gar nichts dazu kannst du millionen mal fragen der einzelne johann von dankeschön dankeschön viel viel dank kennt kein hamoudi wer ist hamoudi alle hamoudis alle hamoudis macht ihn fertig er war das big match 20 uhr 20 uhr 20 uhr 15 uhr süß danke tupi viel viel dank dankeschön dankeschön ok 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 das wird knapp ok mal gucken mal gucken tupi mein schatz mal die beste man jetzt musst du du musst du musst du musst du musst oh nein wir haben nichts bekommen um noch eine runde man bekommst du noch eine runde warum warum haben wir nichts bekommen nichts weil haben sie schlecht ist dankeschön nein das hat nichts mit dem gegner zu tun das hat nichts damit zu tun und außerdem ist er nicht schlecht sondern die die community ist noch nicht so vielleicht die uhrzeit oder so die rede er mit um eine kommunikation und letzte runde letzte runde gewinne 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 am wussten bei der runde gegen lasst ihn mal fertig machen gegen er kann nicht die ganze zeit gewinnen jetzt schon zweimal jetzt ist er jetzt ist die geschwächt du hast noch nie gewonnen was klar was du hast noch nie gewinne gewonnen gut dass man unten licht sieht da los so das gibt es nur was gewinne dankeschön für data apple user jetzt drängelt euch nach vorne und bringen euch nach vorne 400 leute von jedem 50 punkte und wir haben ein paar tausend leute und wir können ihn gewinnen was ist los mit 359 sind hater davon 20 20 sind aus versehen da reinkommen wort zu mit wem big match auf jeden fall war das ich bin schon aus schicken ein schick mal ein mini löwen 1 geben 12 rosen 12 rosen ich bin schon aus der alten wohnung ausgezogen 12 rosen 12 rosen jetzt mit lichtgeschwindigkeit ist nie das war ein hardcore rekord gebrochen wir haben das geben das geben wir müssen wir haben sich im sammeln ja so dankeschön vielen vielen dank so was man aber was man du bist ja mit dem wlan von der bushaltsstelle unten verbunden manchmal hat das so der macht mein zweiter für die sekunden ja 48 sekunden 48 80 aber melina melina du willst unbedingt heute abends schilder und so jetzt dankeschön dennis dankeschön 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 die folge alle also abu astmann es tut mir leid aber das animieren einer gruppe liegt ihr nicht ostens dörr geschützt dankeschön 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 dass du dein name verändert hast da heißt eigentlich mal da in dieser runde holt zu den erkältung wenn ich gas geben sieben sekunden sieben sekunden sieben sekunden sechs sekunden der besuchte wollte hier den totalen krieg nicht so was sagen nicht so was sagen nicht so was sagen nicht den totalen frieden aber das war aber aber das ist dankeschön 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 nein coach ist tipptopp ja so abu astmann der unser der arafat natürlich welcher sonst schickt hier aber aber erwartet bis zum letzten moment und dann ach ja der typ lernt immer noch nicht so daraus na ich verspreche dir wir werden dich in den ring ich habe gesehen ich habe gesehen bei deinen matches mit jasser wie du abgehst wie eine sause immer gegen ihn ja das wird noch das wird noch her wie ich so mache das nicht mehr wir sind diesen wäschigst du aber vor allem ach so roma bitte wieder deinen kopf daraus roma bitte sein dein kopf wieder raus ich möchte nicht mehr und leute kommen dankeschön apple user mirael ja viel vielen dank dankeschön ja wie mirad setzt mirad setz apple user coach dankeschön ja so jetzt ist ein richtig starker supporter hier drinnen sir von hälsing 12 von hälsing oh gott und er will nicht wenn ich abu astmann ist der beste beweis dass man ohne gehirn in dieser galaxis überleben kann und er weiß gar nicht dass her von hälsing von tag 1 unser bester bruder ist ja also sogar wenn er die spendet dann hat er irgendeinen plan ja der immer für uns ist mein knusper keks und warum sieht abu astmann immer so aus als würde es das hängen bleiben als würde internet hängen bleiben immer egal was er tut der roboter roboter vermenschlichte roboter und hat der letzte der hat keine letzte da machst du hinten usb stick rein und er lädt sich auf bis vier morgens macht ihn werde ich heute ja also hätte ich das hallo hände weg aber was man hände weg hände weg und kommt jetzt 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 leute ein mini über ein ach so ich dachte du hast 12.000 so jetzt hoffe ich dass wir kein mundgeruch kriegen oder stitch mein schatz durch unsere sekretärin unsere geschäftsführung ja urlaub und singen oh nein man was ist das man schon wieder mundgeruch abu astmann das geht immer das war die letzte runde jetzt salam aleikum abu astmann salam aleikum bis morgen hat sich auch so auf sich aus oh gott scheiße man ist das ein kiosk oder das ist bei dir zu hause sehr schön sehr schön sehr schön also du verkaufst du bist kiosk genau okay also du tust was für die jugend etwas schönes gesundes bei dir kann man sich ratten kaufen und rauschmittel kaufen sehr gut was du möchtest was bist du musst bist du moslem haben wir haben wir als musulman verkauft du also den menschen rauschmittel und tabak jetzt fängst du an ja er trägt so ein bart das ist ein moslem das ist unser moslem das ist ein wahrer bruder der heißt sogar bin ja sehr schön mein lieber sehr schön ja wie viel tabak hast heute an die jugendlich ist so erst einmal die stimme nicht mehr als alkohol warum denn lasst uns doch reden lasst uns doch offen reden weil ich nur scheiße ist deswegen du bist ein euro moslem oder was will ich ein euro moslem das heißt du hast du hast du kannst rauschmittel verkaufen als moslem und gehst du fünfmal der bin ich also kraftausdrücke benutzen wird ok du bist ja nicht besser als 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 moslem als moslem sagst du also das a-word also das was man hinten hat das sagt als moslem mit so einem bart aber als moslem sag mal ich werde nicht wiederholen was du da mit dir mit dir du nicht was wir jetzt haben unsere bindung ich habe keine kraftausdrücke benutzt du hast noch schlimmer ausdrücke gesagt nein ich habe nur gesagt du verkaufst rauschmittel und alkohol das wiederholen was du was bei der for you die ganze zeit da läuft es nicht schlimm kannst du alles machen was du willst aber du verkaufst rauschmittel gerade du verkaufst ich hole nicht deine sachen holt ok da aber aber warte ganz kurz wenn das stimmen würde habe ich doch tausend mal mehr profit als du ja oder nein und warte warte meine und warte eine sekunde wenn es so wäre sind meine abnehmer alle über 25 das ist ein moslem der ist ein stolzer ich habe das ich habe das nicht gesagt mein lieber du trägst so ein bad und heißt doch wieder ja salam aleikum salam aleikum stolz warum gehst du bleib doch hier ich mag dich nicht nein mein lieber du verlierst sowieso nicht verlieren ich war nicht du nicht nein 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 ich wünsche mir Eine Runde, eine Runde, am nächsten. Okay, warte, warte, was macht der Verlierer? Verlierer, was möchtest du ich machen? Ein Babylöwe. Ein Babylöwe. Nein, ich würde nicht Sachen machen. Ich kann nicht runterladen. Ich habe genug Geld, mein Account, aber ich kann nicht runterladen. Das Problem. Okay, gibst du mir in Zukunft. Wenn ich ein Match habe. Walla, ich gebe dir das. Nein, das brauchst du nicht schwören. Okay, eine Babylöwe, Verlierer. Verlierer, eine Babylöwe. Okay, okay, los. Kein Problem, gönn ihn. Was gönn ihn? Alle Leute zusammen sein. Yes, 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 yes. Alle Leute zusammen, tippen, tippen, tippen. Ich spring rein, rein, rein. Sarah, Sarah ist betrogen aufgestocht. Das ist nicht normal, alle Leute zusammen sein. Rein, 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 Walla, rein. Rein machen mit uns, rein, 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 Buster kommen. Alle Leute zusammen sein, ey. Meine Leute, alle Leute zusammen sein. Arafat, vielen, vielen Dank. Mr. Melli, danke schön. Mr. Melli, danke schön. Oh mein Gott, Jünger, das ist nicht normal. Oh mein Gott. Alle Leute, Gas geben. Gas, 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 Gas. Sedo West, danke schön. Apple User, danke schön. Alle Leute zusammen sein. Zusammen, zusammen. Dankeschön, danke schön. Sebastian, Apple User, MS, danke schön. Tippen, 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 tippen. Junge, ja, das ist nicht normal. Alle Leute zusammen. So. Er hat heute die ersten zehn deutschen Wörter gelernt. Dankeschön, Melina, vielen, vielen Dank. Danke wegen von Melina. Alle Top-Supporter, ja, oh, Dankeschön, lol, vielen, vielen Dank. Alle Top-Supporter werden unsere WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Keine Sorge an meine Community, nicht durchdrehen. Wenn ihr immer regelmäßig spendet, ja, und immer dabei seid und investiert in unsere Kriegskasse, ja. Silvio Berlusconi, ist das letzte Mal, dass du mich das fragst, ja. Das letzte Mal. Alles mal drei, meine Knusperkrieger. Alles mal drei. Silvio, das ist das letzte Mal, danach bist du blockiert, wenn du mich noch einmal fragst. Elf Rosen, Elf Rosen, Elf Rosen. Beate, du olle Socke, Dankeschön. Und bitte, Cloud, der Miss, oh, Mrs. Melly, Dankeschön, schön, dass du da bist. Ich mach das Plus weg, Miss Melly. Und bitte, lass jemanden als Top-Supporter nach vorne einen Booster bekommen, der mit mir abends chillen will, ja. So, jetzt, alles mal drei. Jetzt, alles mal drei. Er hat sogar einen Booster. Dennis, Cedo West. Dankeschön, viel, vielen Dank. Jetzt aufpassen. Tupi, Dankeschön, mein Schatz. Vielen, vielen Dank. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Michi, 210, Dankeschön. René. Tupi, hol dir den nächsten Handschuh. Oh, du Scheiße, du hast noch nicht mal eins gehabt, Mann. Gas geben, Gas geben. Oh, Sarah Melek. Sarah, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sarah. Folgt alle Sarah, ja. Melina, Domedon, Cobra, Kai, Dankeschön. Eine Sekunde noch. 29, 30.000 Punkte. Tevez, Dankeschön, mein Lieber. Das ist mein Lieblingsgeschenk, deswegen folge ich dir. Sarah, danke für diese betrunkene Ente, ja. Apple User, Desastast, Dankeschön. Cedo West, vielen, vielen Dank. Lule, bitte hör auf damit. Cedo West, Dankeschön. Cedo West, bitte behalt dein Geld, bitte. Okay, wir matchen zusammen Cedo West, ja. Cobra, Desastast, Dankeschön, ja. Spider, vielen, vielen Dank. MS, ja. Arafat, Dankeschön. Oh, Melina, du hast mein Display verzaubert, Dankeschön. So. Sarah, vielen, vielen Dank. Sarah, behalt deine Kohle, ja. Behalt deine Kohle, bitte, Sarah. Sarah, ja, du bist so motiviert dabei, ja. Kümmer dich erst mal um dich, okay? Kümmer dich erst mal um deine Rangliste da, okay? Hallöchen, hallo. So, jetzt eine Minute 30, ihr könnt noch mal Bier kaufen, irgendwas anderes, ja. Oder die Familie zusammen schreien, ja. Masco, Dankeschön, mein Lieber. Masco. Masco, mein Lieber. Ich mach dich zum Modi. Melina, Dankeschön. Masco, ich hab dich zum Modi gemacht, aber aus Respekt. Du bist ja zu Hause, okay? Bitte niemanden blockieren oder irgendwie was machen. Gar nichts machen. Steh einfach da drüber, ja. Du sollst einfach mal Respekt bekommen. So, letzte Sekunde, äh, letzte Minute. Ja. Robin Zink, schön, dass du da bist, mein Lieber. Sora, Mira, Elia, schön, dass du da bist. Ja. Äh, Bilal, ich will mit dir nichts zu tun haben, ja. Mach dein Ding, fertig, das Ende. Und alles gut. Sora, Jan, Markus, wie, Dankeschön, Dankeschön, vielen, vielen Dank. 40 Sekunden noch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Sarah, das sind wir, Sarah, ja. Sarah, du bist sogar Modi hier, ja. Okay. Äh, Sora, Tupi, vielen, vielen Dank. So, jetzt drängelt euch nach vorne. Boah, Tupi, mein Schatz. Jetzt, jetzt kriegen wir den Booster. Melina ist auf Platz 2, ja. Äh, Jiggy, Dankeschön, ja. Dankeschön. So, 25 Sekunden. Das Gleiche gilt für dich, Jiggy. Äh, Melina, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Geschenk, ja. Dankeschön, Duis, ja. Seit Tag 1, 47er. Tupi, Tupi willst wissen, Mann. Tupi willst wissen. Tupi, mein Schatz. So, Melina, vielen, vielen Dank. Sora Can, Dankeschön. Gemo Can, hallo. In 5 Minuten ist Herkules-Kampf, ja. So, 3 Sekunden noch. 3 Sekunden noch. 3 Sekunden noch. Melina, Sora Can, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, jetzt müssen wir was bekommen. Jetzt müssen wir was bekommen. Mann, was ist das? Tupi, vielen, vielen Dank. Melina, Apple-User. Sarah Melleck, ja. Ja, und dann noch Tupi, einer der intelligenten Strategen hier, ja. Ja. Nüchtern, immer wachsam, intelligent. Michi 210, immer dabei, immer öfters dabei. Michi Cedo West ist unser sympathischer Gegner, ja. Sarah, Sarah Söhr zur Familie. Dennis Gypsy, schön, dass du da bist. Grüßt deine Familie. Denzel, ich mach das Plus weg. Kai, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön, ja. Ich schicke dir eine, bitte, aber kein Problem, okay? Irgendwann, ne? Ja, okay, schicke ich dir auch 100 Sekunden. Nein, nein, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ist alles gut. Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. So, alle ein Herzchen rein. Alle ein Herzchen rein. Devran, ich brauch keine Videos. Ich brauch keine Videos, ja. Ich brauch keine Videos, okay? Ja, alle ein Herzchen rein für Zusammenhalt. Das wundert mich nicht, dass alle neidisch sind. Das wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Null. Gar nicht, ja. Guck mal, wie wir zusammenhalten. Wir putzen jeden weg. Jeden. So. Doch, ich weiß, dass er schickt, ja. Ich weiß, dass er schickt, zu 1000%. Notfalls, ich möchte es gar nicht haben. Hallo, Bilderbuch. Hallo. Nur die Prothesen, nur die Prothesen. Bei dir? Ja, ich hab noch keine, deswegen kann ich da nicht mitreden. Als das Echte am Körper. Ja. Gehört eigentlich, also Vergrößerung auch zu Prothesen? Nee, nennt man das Prothesen? Nee, Vergrößerung gehört einfach nur, sind einfach nur Verschönerungen. Okay, okay, Verschönerung. Wie heißt das? Schönheitschirurgie ist das, ja? Schönheitschirurgie. Wenn man nicht schön genug ist, kann man sich verschönern. So hab ich das gemacht. Ach, stimmt, stimmt. Und wie ist das bei dir? Was hast du machen lassen? Ich mag es, Ecken und Kanten zu haben und hässlich zu sein. Echt? Warum bist du eigentlich immer so mega unfreundlich? Ich verstehe das gar nicht. Du gibst so viel Wert, legst so viel Wert auf deinen Körper und auf dein Aussehen und dann bist du immer so unfreundlich zu den ganzen Leuten. Geht das nicht mit Liebe? Versuch du das mal auf TikTok mit Liebe. Mal gucken, wie lange du überlebst. Ich bin bekannt für ganz viel Liebe, Amore, ne Leute? Oh mein Gott. Aber nicht Liebe für mich. Wie? Ja, wahrscheinlich schenkst du deine Community Liebe. Reden wir jetzt von Prothesen und von gemachten Brüsten oder von Liebe für dich? Nein, 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 wir reden immer von Liebe für mich. Ja? Ja, ich verteile dir auch Liebe. Echt? Und ich bin ein Herzensmensch. Wir sind alle freundlich, alle ein Herzchen rein. Das kann auch deine Community bezeugen. Bei dir kommen jetzt auch ganz viele Herzchen. Geht rüber, geht rüber. Postet Herzchen. Warum hat er immer Beef? Wie möchte hier jemand wissen? Was hat er? Was nochmal? Warum du immer Beef hast? Weiß nicht, ich gehe zum Schlachter und kaufe Beef. Deswegen habe ich immer Beef. Ah ja. Ja. Hat das deine Frage beantwortet? I don't know, Leute. Lasst uns einfach dem Frankie mal zeigen, wie Liebe funktioniert, okay? Das geht nämlich auch ohne, ohne sowas, ne? Der Frankie weiß das nur noch nicht, weil er uns noch nicht so gut kennt. Nee, weil er noch nie Liebe bekommen hat. Nee? Nee, das würde passen jetzt. Du hast noch nie Liebe bekommen? Hat dich noch nie eine Frau mit großen Brüsten umarmt? Hey, 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 hör auf, hör auf, hör auf. Also, das ist ja alles familienfreundlich. Ich habe Kinder. Ja, ich bin auch familienfreundlich. Ja, natürlich, natürlich, das bist du. Also, was ich damit sagen wollte, ist, wir hier mögen Frauen, die nicht so groß, du weißt schon. Weil, ich finde, alle ein Herzchen rein, es ist wirklich so, es gibt sogar eine Studie dazu, der Mann sieht ... einfach dämlich aus. Ehrlich? Ja, stell dir mal vor, du siehst mich in der Stadt mit so einer Frau, so eine Roswitha oder so eine Nala mit so dicken Lippen. Nein, das ist es nicht. Du hast einfach unnötig ein Kilo da rumhängen. Ich weiß nicht, was das ist. Was soll das? Man kann ja Beelight-Implantate nehmen, das ist dann auch nicht mehr so schwer. Nein, nein, hör mal zu. Guck mal, es gibt eine Studie dazu, rein psychologisch, wissenschaftlich. Du hast ein Mutterkomplex, wenn du das brauchst, ja? Also, meine Frau, meine Prinzessin, meine Göttin muss nicht so etwas haben, damit ich sie attraktiv finde. Also, ich habe kein Mutterkomplex. Ich ekele mich an den Gedanken und wer braucht denn vier Liter Milch? Ich brauche das nicht. Echt nicht? Nein, diese Männer sind aufhelfen. Ich kann mich nicht getrunken, als du klein warst. Guck mal, wir unter Jungs, wir unter Jungs, wir wissen das, wir sagen so, ey, deine Frau, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sagt er, ja, ich habe ein Mutterkomplex, das ist so. Ja. Und ich will das nicht, ja? Meine Partnerin ist auf Augenhöhe. Also, ich finde meine Mutter toll und ich habe auch nichts dagegen, das zu stehen, dass ich ein Mutterkomplex habe. Im Ernst? Und wenn ich jetzt auf Frauen stehen würde, ja klar, meine Mutter ist meine Beste. Und vor allen Dingen, meine Brüste zum Beispiel, die dürfen auch ruhig groß sein. Was machst du denn mit Frauen, die große Brüste haben und die haben sich die nicht machen lassen, die haben die von Natur aus. Und ich sage dir ganz ehrlich, dir wird eine Frau mit großen Brüsten an deiner Seite schon stehen. Was? Nein, da sieht man dumm und dämlich aus. Nein. Nee, dumm und dämlich sieht man auch aus, wenn man dumm und dämlich ist. Nein, 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 unter Jungs, das verstehst du nicht. Unter Männer sieht man einfach, man weiß, dass der andere nichts im Kopf hat. Verstehst du? Du brauchst keine Frau mit Mutterkomplex, du brauchst eine Kriegerin, eine Mafia-Braut. Geil. Aber nicht sowas, das ist einfach, auch wenn ich in einer Disco wäre oder in einem Club, in einem schönen Bar, hier haben wir vorne was ganz Elegantes, ich mag das nicht. Lieber komplett so etwas fitter, schlanker ist überhaupt kein Problem. Alle Filme, die du siehst, alle Geheimagentinnen, alle Polizistinnen, alle Topmodels, alle schönen Frauen, die wirklich im Film was zu sagen haben, immer wenig und dafür ein hübsches Gesicht. Und natürlich. Und natürlich, genau, das ist wunderschön. Das ist auch wichtig. Richtig, richtig, richtig. Ja, das war es dann, das war jetzt das Thema. Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, Frankie Mensch, das ist doch das Thema des Montagsabends hier. Ja, das stimmt, das stimmt. Gemachte Wurstel, ja oder nein? Sieht man damit dumm aus? Ja oder nein? Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, die Männer werden natürlich Nein sagen. Wieso? Ich denke, das ist doof für Männer, wenn man dann dumm wirkt. Es gibt keine Männer mehr. Verstehst du? Es gibt keine Männer mehr. Sie wollen alle bei Mama unterm Arm hängen und heulen. Und guck dir mal die Gesellschaft an. Überall sind die Frauen der Boss. Also ich bin ja auch eine Mama und ich würde mich freuen, wenn mein Sohn kommt und dann mein... Okay, 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 okay. Also, oh Gott. Okay, was macht der Verlierer? Was macht der Verlierer? Ich weiß nicht. Irgendwas Schönes. Wollen wir uns was Schönes überlegen? Was willst du? Hast du einen Vorschlag? Ja, also ich mach... Also, wenn du Lust hast um Einsatz oder... Ich höre die Kommentare. Was hat er gesagt? Mann, stopp, was hat er gerade gesagt? Ob wir gegen einen Einsatz spielen wollen, Black? Oder was wir machen wollen? Um einen Babylöwen. Hast du denn einen Babylöwen über? Ja, ja, ja. Das sind ja nur 5000 Coins. Ja, das ist ja gut. Dann, wann schießt du mir die rein? Äh, man sagt, wann schenkst du mir den Löwen? Wann schenkst du mir den Löwen? Wann schießt ich? Also, okay. Kannst du vorher Bescheid sagen, dass ich eine Bildschirmaufnahme machen kann davon? Äh, wovon redest du, Mann? Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an. Eine Bildschirmaufnahme, hä? Wie soll... Wie soll das... Wie soll das funktionieren? Eine Bildschirmaufnahme, wenn... Also, okay, okay. Er weiß nicht mehr, was er sagen soll, Leute. Wollen wir ein bisschen zerstören? Stummen wir uns? Oder wie machen wir das? Oder bleiben wir? Nein, du kannst nicht gerne stummen. Mach so, wenn du willst, dass du zuhörst, okay? Okay, let's go. Okay, alles klar. Gas gegen, Gas gegen, Gas gegen. Er hat 10 Wins, Leute. 10 gegen 1. Ich glaube an uns, wir sind ein starkes Team. Big Match, nur nebenbei, ne? Also, Gas gegen. Das erste...